Was geht ab, alle lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und einen wunderschönen guten Morgen, erst aber an diesem wunderbaren Donnerstag. Nicht vergessen Freunde, heute Nacht kommen die neuen Songs raus, also die neuen Deutschrap-Songs und wir werden um 0 direkt ein bisschen was abchecken. Also heute lange wach bleiben, es kommen Videos online, ich sag's nur. Aber ich würde euch gar nicht überfordern, ihr seid gerade aufgewacht, habt so ein verquetschtes Gesicht und macht gerade noch so, jetzt erstmal schminken, gar keinen Bock. Ey, deswegen bin ich doch da. Immer Beste, immer beim Ready machen, TikToks laufen lassen oder YouTube laufen lassen. Und ich weiß, das macht ja alle gerade. Deswegen viel Spaß, schön noch kurz die letzten Augenbrauen richtig machen, hier noch ein bisschen Augenbrauencamp, bam bam bam, wichtig, wichtig, wichtig. Anderer Mensch mit gecampten Augenbrauen, ich sag's nur, es ist, wir hören heute rein bei Golden Dolls. Ich freu mich sehr. Bad Moms, Jay und Bounty und Cocoa, 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 ich weiß es nicht, ich kenn die beiden nicht. Sie hatte in dem Apple Music Interview ein bisschen darüber geredet, dass das zwei sind, die noch nicht super bekannt sind, aber schon ein bisschen, schon ein bisschen, schon ein bisschen und die sich mega gefreut haben, als Jordi nach einem Feature gefragt hat für ihr Album. Ich bin sehr gespannt, ich weiß wie gesagt nicht ansatzweise irgendwas über die beiden. Ich freu mich aber deswegen umso mehr, weil viele sich auf diesen Song gefreut haben. Wir haben danach noch zwei Songs offen. Hey, wir haben noch zwei Songs offen, ja, auf die ich mich auch sehr freue. Und ich würde einfach sagen, wir hören direkt rein bei Golden Dolls. Let's go. Oha, allein der Bass ist schon gut aufgedreht. Holy, das ist ja, das hört sich an wie so ein typischer Club-Sound. Freunde, ganz vergessen, wir müssen doch hier wieder Leute grüßen. Charlene, jetzt habe ich dich. Charlene, jetzt habe ich dich erwischt. So, dann haben wir. Chan wollte gegrüßt werden. Dich habe ich auch. Wichtig, ein paar Jungs reinzustreuen. Hier, zack, 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 zack. Dann haben wir, oh fuck, ich, ich. Valentina hatten wir schon mal, glaube ich. Selina hatten wir auch schon mal. Nick, wir hatten einen Nick. Nick, ich hoffe, du guckst zu. Und wir hatten, oh, wir hatten, wir hatten eine Leonie und eine Isabel. Ich hoffe, ihr fühlt euch gegrüßt. Ey, ich liebe das gerade, man. Das ist wirklich so ein typischer Club-Sound irgendwie. Der Bass ist komplett aufgedreht, wie es nur geht. Es ist catchy. Wir haben einen geilen Vibe, der hier entsteht. Und ich bin gleich sehr, sehr gespannt auf die beiden anderen. Baby, ain't no party on a bad mom shawty. Geil. Bad mom shawty. Oh, ey, das ist, oh, geil. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott. Sie hat auch in dem Interview erzählt, dass da eine Zeile an Shereen gerichtet ist, wo sie Props gibt. Oh mein Gott. Das fühlt sich gerade an wie so ein Crossover, man. Das fühlt sich an wie so ein Crossover, einfach. Ich schwöre. Oh mein Gott. Okay, noch mal reinhören. Wie Shereen. Oh, wie gut. Geil, man. Ey, cool. Warum nicht immer so? Geil. Da. Und Leute gucken immer noch, machen die Beef? Haben die Hate Beef oder what? Oh, wie cool. Ey, das fühlt sich ehrlich irgendwie, ich weiß nicht, warum es fühlt sich ehrlich ein bisschen an wie so ein Crossover. 60 für 111 Fischerien. Hm. Ey, ich liebe diesen Beat, dieses Bum, bum, bum. Das ist so eine Art Glockenspiel, fast schon, was da drin ist. Sorry? Das war jetzt ein drastisches bisschen. Okay, wir hören nochmal rein. Das war ein bisschen sehr genau beschrieben jetzt gerade. Will dich essen, Baby, ich hab wieder Hunger. Sag dem Teddy, so als wär ich deine Mutter. Okay. He's a pink lemonade, schmeckt nach Sugar. Okay, okay, okay. Schreib a juicy bitch neben deine Nummer. Oh my gosh, she dropping low. Yeah, ass is biting heels. Ey, ich liebe den Vibe einfach gerade, muss ich sagen. Auch vom Beat ist was ganz anderes. Mit dem letzten Song irgendwie allein im Zimmer, allein in meinem Zimmer. Bro. Oh, und im Zimmer allein, im Zimmer allein so rum. Ganz anderer Vibe. Ganz, ganz anderer Vibe. Jetzt habe ich sowas. Ich liebe halt, wie vielseitig das Album ist, man. Oh my gosh, she dropping low. Yeah, ass is biting heels. Hm. Hm. Baby, I just wanna fuck with pros, cause I like the way it feels. Oh my God, wie gut. Wie gut das einfach vom Vibe her ist, man. Das ist so dieses typische, das ist, ich hab direkt bei solchen Songs immer Fast and the Furious, das Need for Speed im Kopf, das Musikvideo von Checks, du im Kopf. Hm. 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 Jetzt bin ich gespannt auf die beiden anderen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich noch nichts von den gehört habe. Hm. 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 Okay, ey, guter Einstieg, sehr guter Einstieg, sehr guter Einstieg. Holy shit. Hm. Hm. Ey, ich mag ihre Betonungen. Ich mag ihre Betonungen. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden das ist, aber ich mag ihre Betonungen sehr gerne. Hm. Face to the floor, ass to the roof, man. Hm. 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 Oh, ich weiß nicht, ob jetzt schon die andere war. Die haben eine ähnliche Stimme vielleicht. Hört sich gerade ein bisschen anders an in der Stimmlage. Hm. Hm. Hopps. Emh-üh. Hm. 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 Hm, hm. Mmh-hm. Mmh-h-mmh-mmh-mmh-mmh-mmh Ich mag auch in der Hook dieses eh-eh-äh. Äh- Pennies-ah-äh. Oh-uh-äh-Ó. Das hat so einen guten Vibe. Ich glaube, es war eben noch nicht die andere. Jetzt bekommen wir die andere von dem Duo. Oh, sie hat eine geile Stimme, man. Oh mein Gott, sie hat so eine einzigartige Stimme. Ey, die kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, als ob ich... War sie auf dem Remix von Cello und Abdi drauf? Diesen, ich glaube, Kanaken-Remix heißt der. War sie da drauf? Vielleicht verwechsel ich sie gerade auch. Aber sie hat so eine powerful Stimme, gefällt mir. Ah, Koka. Koka heißt sie also einfach. Also vom Flow her hat mir die erste besser gefallen, aber von der Stimmlage her mag ich sie hier lieber. Das ist einfach so ein guter Vibe, der hier so kommt. Man hat direkt Bock, sich einfach so zu shaken und zu dancen. Übrigens, genauso bewege ich mich auch im Club immer einfach. Das mache ich die ganze Zeit. Könnt ihr mich gerne für buchen. Und ab und zu wiggle ich meinen Booty ein bisschen, wenn der richtige Song da ist. Auch dieses Ha, Ha, im Beat drin, richtig geil. Maxi, das ist von Maxi produziert. Oh, Maxi. Holy, das ist von Maxi. Krass. Ey, was hat Maxi da denn gebaut? Heftig. Dass es einfach von Maxi ist. Das ist krass. Ey, das gefällt mir übel gut, Mann. Das ist auch so ein bisschen Oldschool-Feeling. Ein bisschen MTV. Keine Ahnung. 4 zu 3 Bildformat-Feeling. Gefällt mir gut, Mann. Holy, was soll ich sagen. Ich bin einfach sehr, sehr happy, dass wir jetzt noch ein Feature drauf haben, was so gut war. Ich kannte beide nicht. Wie gesagt, die erste hat mir ein bisschen besser gefallen. Auch im Allgemeinen. Bei der zweiten fand ich die Stimme besser. Aber die erste ist besser auf den Beat gekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber all in all eine coole Kombi. Cooler Song. Nicer Track. Cooler Hook. Club-Feeling irgendwie. Und ja, wir hatten eine Props-Zeile an Shirin hier drauf, was mich sehr happy gemacht hat. Und ja, ey, ich freue mich drauf. Ich glaube, ich nehme mir auch mal raus, zu nennen, sie gibt Props an Shirin oder sie erwähnt Shirin in den Titel zu schreiben hier. Habe ich mir verdient, glaube ich. Ich freue mich drauf. Ey, neuneinhalb Minuten nehme ich schon auf. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Wahrscheinlich getanzt die halbe Folge lang hier. Sorry, ey. Ich hoffe, ihr seid ready mit dem Ready-Machen. Falls ihr euch ready gemacht habt gerade. Vielleicht wartet ihr auch einfach, keine Ahnung, anders beschäftigt. Oder tilt ihr Bett, halb verschlafen, guckt auf dem Handy. Kann auch sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Vergesst heute nicht, einmal ein bisschen zu lächeln. Einmal. Jetzt nervt er schon wieder damit. Ich glaube es nicht. Einmal lächeln. Gerne jetzt, wenn ihr wollt. Einmal ein bisschen so diesen... Danke. Okay. Wenn ihr mal mitgemacht habt. Wenn jetzt keiner mitgemacht hat, ist es ein bisschen unangenehm für mich. Aber ich habe trotzdem gelächelt. Ich mache es trotzdem. Und, wenn ihr jetzt lächeln wolltet oder konntet, im Laufe des Tages, wenn ihr eine Taube seht, lächelt, wenn ihr eine Taube seht. Tauben sind süß. Vertraut mir. Tauben sind süß. So. Das war das Wort zum Donnerstag. Bad fresh. Ciao. Tschüssi. Hallo. Tschüss. Tschüssi.